Hoi Zeme, mein Name ist Mischa Keller. Ich bin Auszubildender im Verpackungsdruck. Ich arbeite gerne in diesem Beruf, der sehr spannend und vielseitig ist. Daher arbeite ich gerne bei der All4Labels AG Schweiz. Am 1. August ist Schweizer Nationalfeiertag. Am 1. August besiegelten drei Männern aus drei Kantonen einen Bund, um sich gegenseitig zu unterstützen und zusammenzuhalten. Das ist das, was die Schweiz ausmacht. Am 1. August werden viel Feuerwerk abgelassen und es hängen viele Lampions rum und die Schweizer Fahne darf natürlich auch nicht fehlen. Hobschwitz! Untertitelung des ZDF, 2020